Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen heute ein Let's Play Paladins zusammen mit dem Storm. Grüß euch Leute. Ja, ich hatte gerade erzählt, dass mein Anschluss wieder funktioniert, weil ich auf meine eigene Zahlung mir eine Fritzbox 7590 geholt habe, hatte vorher eine 7490 und die da, die Verbindungsabbrüche und die ganzen Leitungsprobleme sind alle weg. Naja, also eins und eins aus meiner Perspektive. Was soll ich dazu sagen? So ist es. Manchmal ist es halt so. Ach guck mal hier, ein bisschen Malibob, ein bisschen Malibob geht auch immer, ne? Alibob, ja. Die sind hier. Aber nicht die Live-Version. Gibt es die denn nicht als Studio-Version? Oder gab es die nur als Live? Ja, machen wir live. Äh. Das ärgert mich aber wirklich hier mit der Fritzbox, ne? Dass ich... Erst wollten sie, dass ich 200 Euro dafür bezahle. Na, ihr sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil, jetzt muss ich... Ich schicke denen jetzt mal die, 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 ähm, wie sagt man, die, die Protokolle. Ja. Und wir denen mal beweisen, dass, denen die ganzen Aussagen alles Schrott war. Ihr habt alle nur Moos in der Birne. Bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren, ne? Ja. Boah, warum bin ich immer so weit unten? Ne. Seris und Moji, for life. For life. Wieso kann man den Furia nicht mehr spielen? Das traf ich nicht. Habe ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bleib heute bei Baric. Ich mach Baric Day. Baric Day. Baric Day. Baric Day. Baric Day. Baric Day. Oh, da hat jemand Jena spielen. Muss ich heute mal Dumbar spielen? Muss ich? Ja. Oh, Tengst. Hm, ich glaube, auf der Map mach ich lieber mal Dumbar als Makua. Makua find ich auf der Map nicht gut. Nee, Makua ist super auf der Map, Alter. Weil von überall der Schaden reinkommt und Makua kann schielen. Also, wenn er nicht tankt, dann nimmst du nen Tank. Mal gucken, ob er auf einen Antwort hat. Oh, oh. Ja, Groover. Go for it. Ja, Groover. Go for it. Kannst du da einloggen. Buffalo Soldier. Ich kann dir einfach den Sound anschalten und du kannst nichts dagegen sagen. doch übrigens ein schredder metal spielen ja auch nur stress hat chance es ist ja Das war's für heute. Ach ja. Buffalo Soldier. Boah, ist ja immer laut, Alter. Sky Gamer schreibt, sein Handy ist immer noch heiß. So, Mucke Ende. Prepare for Battle! ich bin gerne mal gespannt wie das hier läuft mit grover lex hat kein legendary gewählt wie geht das wie khan erst mal voll zum rückzug angetreten ist na kann da kommt ganz schön damit scheinlich meine tools war da hälfte entschied die spielt auch nicht das bild packt was packt dann an bild drei von rechts mit deiner maus über die lege was sind die legen wahrscheinlich der weg Geht er weg. Ja, muss auch treffen, Sky, ne? Trifft er nicht einmal mit ihrem dämlichen Messer. Ist die schlecht, Alter. Die trifft nicht einmal. Trifft ja wirklich gar nichts. Beim Tab über dieser goldenen Kahn, keine Ahnung, wie das heißt. Kann ich erst machen, wenn wir jetzt hier das Game vorbei ist. Sorry, sonst geht's irgendwie schon drauf. War damage! Da kann ich halt immer ein Kahn ranziehen, Alter. Ist der Gerät. Ich kann mich ja rauswerfen, was denn ist. Das ist richtig noch gar nicht. Ey, ist meine Skillung einfach overpowered, oder was? So, was sagst du? Äh, ich meine, das Bild packt nicht das bei, bei, bei Tab über diese goldene Karte, keine Ahnung, wie das heißt. Was, 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 was? Das ist schon eine goldene Karte. Ich verstehe es nicht. Bei mir sieht alles ganz normal aus. Soll ich mal schnell reingucken? Äh, ja, kannst du machen. Aber wie gesagt, bei mir sieht alles ganz normal aus. Läuft wieder. Läuft ja wieder gut. Schreib, Gummibärchen. Ja, ja, läuft sehr gut. Ich glaube, das ist diese Skillung. Also diese Turrets mit den Schaden zusammen. Alles normal, ne? Ja, dachte ich mir. Ich dachte, bei mir sieht auch alles normal aus. Mann, fuck, jetzt dachte ich überall. Ich muss kurz mal weg, sonst bin ich dauernd, sorry. War zu hart, dass ich da bitte so leid. Scheiße, kein Heal, kein Heal, kein Heal, kein Heal. Unser Heal ist aber auch nicht so wirklich gut. Wo du die Gegend stehst? Ja, ich hab alle gerade gestorben, ne? Kann man nicht machen. Durch den Ulti von Jenoch. Da ist nichts verpackt. Ich hab keine Ahnung, was du von mir möchtest. Äh, da ist nichts verpackt. Da muss man vielleicht mal Twitch reloaden oder so. Dann geht es vielleicht wieder. Mann, irgendwann macht sich der Hund unverwundet, wenn ich den 3-2-0 recht. Wie kann denn Vivian die ganze Zeit da hinten rumstehen, Alter? Jetzt geh halt weg, du dummes Stück. Ja, Mann, das muss an dir liegen, sorry. Du hast nichts geholt mit dir am Ulti. Doch, mich. Echt? Was war noch da? Ich war nur gestorben danach. Achso, okay. Er hat mir die Hälfte von meinem Life geholt und dann konnte ich mich leicht umratzen. Ich werde einfach mal den ganzen Schaden scannen, dank meiner Turrets. Kannst du da Jenoch mal raushucken, wenn er kommt? Ich versuchte. Irgendwo will ich schon wieder Sky rummessern. Boah, das ist so weit weg. Das hat mich geklappt. Pass auf, ich glaube, Maeve kommt gleich von hinten. Jo. Ne, vorne ist Jenoch. Boah. Irgendwie will mein Hook heute nicht so richtig. Ja, das ist hinbezündig. Kevin steht oben am Balkon. Macht hier komische Dauerfeuer-Action. Versuch dir zu helfen. Groover wurde rausgeholt. Geh mal ein Stück zurück, wir haben keinen Heal. Nicht sterben. Oh, was ist denn das? Wieso hatte ich denn so viel Giftschaden? Räum da auf. Ach so, Sky Gamer meint, dass Lex kein Bot ist. Okay, du hast mich gerade maximal verwirrt. Ich kann ein Match gemacht haben. Die war so schlecht, Alter. Hast du mal einen Lack-Moment? Was ist denn der hier? Ich weiß gar nicht. Du siehst mal, wie schlecht die alle waren. Mir schlägt gerade YouTube vor. Frag einen Obdachlosen. Warum stinkt ein Obdachloser? Sorry. Man macht aber keinen Spaß, aber... Das schlägt mir YouTube vor. Ich habe wieder gerockt, Alter. 32.000 Schaden, 46k Minderung. Ich habe kein einziges Kind. Was ist da los? Ey, diese Barik-Skillung ist wirklich... Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Das sagst du jetzt noch. Irgendwann hörst du wieder heulen. Ich verliere nur. Nee, die ist schon ziemlich gut. Die ist wirklich schon ziemlich gut. Ja, Freunde. Wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht euch einen schönen Abend. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.